Äh! Wie? Zaximent, was ist jetzt los da, he? Nein, scheiße! Ein Blaubarsch! Schmeck jetzt! Alles, was man aus hat, gehört auf alle Fälle mir. Und jetzt komm ich aber auf. Äh, äh. So, da, jetzt hol ich mein Fischermesser aus und du wirst auf alle Fälle ausgenommen. Ha! Weiß nicht! Attentat! Äh, ja, blödsinn! Geben Sie sofort dieses gefährliche Messer her! Sie können jemand damit verletzen! Ich weiß das aus eigener Erfahrung! Ich hab mein Stück Wurst geschnitten! Und das ist sehr gefährlich! Das sag ich Ihnen! Gottverdammter Wurstaufschneider! Was ist denn im Wasser drin? Vielleicht eine Gabel oder ein Löffel? Wirklich! Noch schlimmer! Viel witziger sprechender Fisch! Aber jetzt brauch ich meine Zartzeile wieder! Da hat sie sich aber ein guter Fisch geangelt, ha? Du bist der Quakerfisch! Du bist der Captain! Dann steh ich jetzt einfach mal auf und zeig ihnen was für einen Prachtkerl, die sich da gefischt haben. Und der Heinz passt auf die Kutsche auf, ja? Blablabla! Blablabla! Sodele! Jetzt sag mir mal, wo karsch'n du noch, ha? Kannst du dich ja? Komm, ich zeig dir jetzt meine Briefmarkensammlung! Geh mal hin! Geh? Ja, super! Also, ich darf Ihnen dringend davon abraten mit dieser Attentäterin! Halt dein Goldstuf ruhig! Na gut! Mortadella Randstück, tatsächlich!